Moin Leute und willkommen zurück zu der Nachfolge hier auf meinem Kanal bei How to build Quidditch Welt Und heute seht ihr hier schon, machen wir ein bisschen die Innenwand hier und unseren Eingang Denn wir müssen auch, sag ich mal, hier seht ihr schon die Hälfte, wie es dann bei mir sein wird, von hier unten nach oben kommen Und, naja, ich weiß ja, ob ich das gut erklären kann, weil das sehr speziell ist Aber auf jeden Fall machen wir das Und wir haben etwas von unserer Bande hier vergessen Und das tun wir eventuell in der nächsten Folge, eventuell auch heute, mal sehen, wie lang das wird, dass wir es einfach hier reinmachen Genau, apropos Länge, verlieren wir keine Zeit und dann schauen wir uns das mal von vorne an Hier, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir vorne waren, ich habe ja wie gesagt vorgebaut Auf jeden Fall, ihr seht hier, machen wir unten ein Fünferloch auf jeder Seite, also bis zu unserem Ding Hier, wow, da muss ich ein bisschen Oh, das muss ich verbessern So, äh, aber wir können uns direkt jetzt den Block rausholen Hier, machen wir erstmal ein Loch Und zwar, hier ist wie gesagt, dann sind Seiten 2 frei Und ich habe was gar nicht, egal Und dann, sag ich mal, oben sollte auch, ja, von unserer Zwischenstrebe 1 frei sein Genau Und das seht ihr jetzt hier hinten schon Wir nehmen uns eigentlich ein tolles Treppe und ich nehme dafür Nachtsicht So 8 Minuten Genau Drinken, drinken, drinken Und dann stört uns das hier nicht Genau Jetzt tun wir erstmal die mittleren 4 Sind es 4 Wait, wenn es 4 sind, müssen wir aber hier 6 machen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sorry, es sind 6 frei Nicht 5 Ja, genau Also auf jeder Seite 2 und dann in der 6er Mitte Dann lassen wir hier 1 frei und machen, sag ich mal, 3 Treppen So, 4 mal 3, sag ich mal, so nach hinten Und dann haben wir hier die Treppe Dahinter können wir es einfach bis zur Innenbande ist es jetzt Ja Äh, ja, ausfüllen Genau Das geschafft tun wir erstmal hier vorne Ja, seht ihr hier Einfach mal, nochmal Das, äh, entrinnete Schwarzeichenholz hinsetzen Und ihr seht hier, wie es dann aussehen soll Nämlich, es soll jetzt nicht so platziert werden Sondern wir schauen, also gehen hier hinter und schauen das so an Damit es, sag ich mal, ja, so nach vorne geht Hier, wie gesagt, das fand ich ja nicht ganz cool und lustig Doch mach ich das Und das tun wir erstmal Wow Hier, das nächste kommt da drauf So weit hoch Dass wir auf der Höhe der Treppen hier sind So, und ihr seht schon, wir können uns noch, sag ich mal, Steinknappe nehmen Und sie vorne dran Genau Jetzt nehmen wir erstmal unsere Treppe wieder in die Hand Und tun jetzt, sag ich mal, hier dran nochmal Eins Zwei Drei Blöcken Auf jede Seite jetzt Ich habe hier schon gebaut Aber auf jede Seite drei Blöcke Und tun sie, sag ich mal Hinter unserer dritten Ja, Treppe Eins, zwei, drei Verlängern Und die tun wir auch zur Seite Also jetzt wieder zur Außenmauer Vollziehen Genau So, das sieht so aus Und das wollen wir ja auch haben Genau Dann würde ich sagen, wir machen erstmal die Treppen weiter Eins, zwei, genau Kann das sein? Ja, das kann sein Jetzt nochmal hier von vorne Jetzt schauen wir mal von vorne drauf Lasst euch hier nicht irritieren Das machen wir später Genau Und zwar Hier haben wir ja Auf einer Seite ist es ein bisschen länger Auf einer Seite ein bisschen weniger länger Jetzt schau ich mal Gibt es hier das Problem Ich weiß gar nicht Ich habe hier irgendwas gemacht Ich glaube, ich habe hier das um eins verlängert Genau Damit es hier halt sechs sind Damit ich halt auf jeder Seite Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Auf dieser Seite Auf der anderen Seite Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Auch sieben Also auf jeder Seite ist sieben frei Und dann hier an der Mitte sechs Und jetzt tun wir erstmal die Planke nach hinten Und ziehen sie Sage ich mal hier das Loch Na, habe ich auch noch nicht erklärt Okay, das machen wir dann jetzt Und zwar, wir ziehen es erstmal Hier, dann machen wir das so Genau So sieht es ja bei euch aus Hier auf der Seite Und dann tun wir erstmal Hier, die drei oder die sechs hier Erstmal unten wegschlagen Wo unser Eichenholz Stufe drauf trifft Und die tun wir, sage ich mal noch Drei weitere Blöcke hoch Und dann gehen wir eins zur Seite Und tun oben vier Wegschlagen Und dann mit Eichenholz Treppe, äh Stufe, sorry Wieder hin machen Und dann bleiben wir auch bei der Stufe Tun sie unten wieder hin Und die tun wir dann Ganz bis zur Außen Barriere da ziehen Genau Und jetzt geht es auch weiter Mit unserem Eigentlichen Und zwar unserer Holztreppe Da gehen wir wieder hier hin Und gehen jetzt von oben, sage ich mal Hier einfach dran So ein Zweier So, auf jeder Seite Und dann sehen wir hier Haben wir so ein Einmal Zweier frei Und dessen machen wir uns auch zunutze Nehmen wir uns hier erstmal Entrindeten Holz Äh, schwarzeichenholz Und gehen jetzt hier So, sage ich mal so hoch Hm Ja, dass ich einen Scheiß erzähle Äh, ja Genau Und dann haben wir hier eine Säule Von unten Können wir runterspringen Nach oben rein Beim hinteren von den beiden Und ziehen sie Äh, ziehen dieses ganz nach oben So Aber nicht ganz nach oben Weil hier sind die Tribüne Tribünezahlen Wir tun zwei Freilassene Von unseren Tribünen hier Und können da ganz einfach Eichenholz Ähm Brettern Genau Das ganze neue Eichenholz Hier reinziehen Auf dieser gleichen Höhe So Ich weiß, es ist ein bisschen sehr chaotisch Aber Es ist auch eine Ja, darum mache ich eigentlich nicht so gerne Innenraum Tutorials Der Mark hat hier auch gestalten Wie man möchte Genau Jetzt haben wir das gezogen Jetzt Was mache ich am besten Nehmen wir hier Ein rindetes Holz Ihr seht es hier Wie das sein soll Und zwar Wir gehen sie Auf der Höhe Wir haben hier einen Slab Von dem Slab Und tun es erstmal Sag ich mal Ja, sofort ziehen So wie hier halt Und dann brauchen wir Einen neuen Block Und zwar die Fichtenholzstufe Und jetzt soll hier So ein kleiner Regal sein Da wo Ein bisschen Trophäen und so Rumstehen Und die tun wir dann da hin Hier seht ihr ein paar Soll ein Pokal sein Also nicht wundern Und eine Glocke Die kann man auch In einer anderen Seite auch hin machen Aber das zum Schluss Und jetzt gehen wir wieder Nach unten Und schauen uns Was hier fehlt Und zwar wir sehen hier Das hier muss vorgeführt werden Ist nicht so schwierig Einfach noch einen Block hinsetzen Und den Steinknapp Muss weitergeführt werden Dann sieht es bei euch So aus Okay Wir gehen jetzt hier Sag ich mal nach unten Oder hier zu den Treppen Und jetzt gibt es hier Eine Seite Die noch offen ist Die geschlossen werden muss Davor aber Gehen wir hier oben Auf der Höhe Von unserer letzten Treppe hier Ganz am Rand Und machen hier erstmal Ein entzogenes 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 Entrinnertes Schwarzeichenhäuser Ich kann es mir wirklich nicht merken Alles darüber Können wir erstmal ausfüllen So Genau Und dann seht ihr Hier Reicht Genau Genau Tun erstmal hier oben Bei der Höhe der Treppe Erstmal Ganz normale Ähm Mann ey Blöcke genau Bretter Blöcke hin So Dann tun wir erstmal Darunter Überall Eine ganz normale Stufe hin So Haben wir auch Dann können wir hier Bei den letzten zwei Bist du das zwei Ja Bei den letzten zwei Tun wir nochmal Eine Stufe hin Und die zum Block verwandeln Und das letzte Können wir So Ganz nach unten ziehen So Ganz nach unten Müsst ihr eigentlich gar nicht Aber Weil man Bis zu einem gewissen Punkt Also hier nicht was sieht Aber ihr könnt es machen Wenn ihr unsicher seid Genau Und dann haben wir das so Stehen Und das gefällt uns Dann tun wir erstmal hier Die letzte Reihe Noch einmal schließen Dann haben wir das so Dann nehmen wir hier Äh Fichtenholzstufe Man sieht gerade Gefällt mir das da rein Die schöne Und zwar hier an den Seiten Unter unserem Holzstamm Können wir nochmal zwei Schwarz Holzstufe machen Und ja Denn es muss ja alles stabil sein Hier strampelt ja Äh Die ganze Quidditch Mannschaft Hoch Und ja Jetzt machen wir erstmal Hier die eine Lücke Was machen wir da Wir machen hier Ganz normalen Holzstufenbretter Äh Block Und ziehen das erstmal Rüber Auf der anderen Seite Ist natürlich genauso Und ihr seht Wir machen hier wieder Eine Querstufe rein Also Block Stufe Und dann schlagen wir Eins frei Und machen da einfach Eins, zwei, drei Mal So ein Balken hin Damit das alles Schön stabil ist So Ah jetzt muss ich nochmal trinken Genau Äh Jetzt fällt mir noch was ein Und zwar Hier vorne auf einer Seite Haben wir das Sagen wir mal so Das sollte so Bisschen aussehen Wie so ein Balken Der in den einen Balken reinläuft Und das machen wir hier vorne auch Und zwar hier einfach Zwei reinmachen Und da hinten Noch einmal So Genau Das geschafft Machen wir hier das An der Seite Genau Wir haben hier Äh Vier gemacht Und wir müssen jetzt Ja Wir haben hier drei gemacht Genau Und beim vierten Setzen wir erstmal In der Wand Bis nach oben Und Zeig mal auf dieser Wand Ich hab jetzt das so gemacht Und Ja Kann nur was sein soll Also Wie gesagt Da kann Können Bilder Oder so sein Oder wie gesagt Auch zu Feen Könnt ihr hinmachen Ich könnte mir sogar vorstellen Wenn ich hier die letzten drei Weg mache Hier Dass ich hier Wenn ich mir eine Treppe nehme Diesmal aus Stein Ich nehme mal hier die Steinziegeltreppe Auf jedes rein mache Könnten wir hier Ähm Wie heißt das denn Rüstungsständer Rüstungsständer So Links und rechts Irgendwelche Uniformen machen Und in der Mitte Was kann man da machen Gibt's da einen schönen Block Wir können jetzt in der Kiste Machen Schalker Truhe Heißt Die Truhe Kiste Elias in der Kiste Genau Dass hier Eventuell Die Schnäpps Äh Die Bälle Drin sind Hier und hier Die zwei Mannschaften Es sind natürlich vier Mannschaften Darum müsst ihr es Auf beiden Seiten gleich machen Müsst ihr eigentlich gar nicht Denn es ist immer noch Euer Hogwarts Aber dann geht's auch weiter Mit unseren Sag mal hier Und zwar ihr seht Wir haben zweier Gang Und jetzt um an jeder Seite Eins freilassen Und platzieren dann Sagen wir mal Zwei Äh Entrindete Schwarzeichenholz Äh Baum Baumstämme Genau Holz Und tun es erstmal Bis nach oben setzen Das mit den Dingern Gefällt mir Darum tun ich hier jetzt Überall den Stein Ziegel Treppe hinsetzen Hier in der Mitte Dann mache ich nochmals Ersatzbälle Genau Rüstungsständer Und dann tue ich hier Da muss ich ganz rüberfliegen Bis oben Fichtenholz Soundziehen So Genau Wie gesagt Ihr könnt auch rum Experimentieren Das sieht so aus Das sieht so besser aus Als so Ja würde ich schon sagen Das sieht so besser aus Das sieht besser aus Eigentlich sieht das So mir besser aus So Ne jetzt Hier würde ich das So Sieht für mich Besser aus Um ändern Wie gesagt Wie ein Schleifstein Es gefällt uns immer besser Mehr und mehr und mehr Bis es uns wirklich gefällt Genau Jetzt sehen wir hier Auch Wir gehen jetzt von unserem Gerade frisch gezogenen Schwarzeichenholz Entrinnertes Schwarzeichenholz Und ziehen die erstmal bis Rüber zu unserem Anderen Schwarzeichenholz So Wieder zwei Zwischenstreben Und jetzt ein bisschen Licht Die könnt ihr eigentlich Reinsetzen wo ihr wollt Ich mache hier Sag ich mal In der Mitte In der Zweiermitte Und dann mache ich hier Was ist wenn ich hier zwei wegmache Sieht das besser oder schlechter aus Na das ist irgendwie ein bisschen too much So Wieder weg Genau Closedone Ist eigentlich immer so für alte Sachen Eine coole Quelle Und jetzt seht ihr hier müssen wir Oben das bisschen runter machen Und zwar ab unserem Closedone Hier Machen wir Unsere Decke Also auf Jedes Exemplar unserer Decke Tun wir nochmal Eine Ziegelstufe Hinmachen Ähm Ziegelstufe Eine Stufe Holzstufe hinmachen Oh reden Reden muss gelernt sein So Habe ich hier was gemacht Nein Ähm Darum tun wir auch hier Sag ich mal Kann man den Zaun da lassen Aber machen wir nicht Darum lassen wir den Zaun So Und wie es aussieht Sind wir soweit durch Jetzt sag ich mal nur noch so kleine Sachen Wie die Glocke dahin Danach den Pokal Hier ist er natürlich zweimal gewonnen Dann wie gesagt Können wir auch hier Äh Schwarzes Äh Unsere Gryffindor Farben hier aufhängen Wie macht man die? Ganz einfach Ähm Wir brauchen einen Webstuhl So Genau Dann brauchen wir noch einen Banner Ich mache mal eine Slytherin Ding Und dann brauchen wir noch Farbe Farbe Hallo Farbstoff heißt es ja Genau Äh Weißen Farbstoff Wir brauchen glaube ich noch eins Tue mir das dann rein Hier rein Und ich habe so Schrägstrich Suche mir hier den Schrägstrich raus Wie ich den will Natürlich sollte immer eine gleiche Richtung dieser Schrägstrich 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 Sein Und ihr seht Ist völlig gleich So Genau Äh dann nehmt ihr einfach Sag ich mal Ein schwarzes Banner für Hufflepuff Ein rotes Banner für Ähm Gryffindor Und dann halt ein blaues Oder ein grünes Banner Für Slytherin Dann wie gesagt Habt ihr schon gesehen Hier außen Hab ich immer zwei gemacht Und hier ein paar Banner Aufgehangen So Von unseren Lieblingsmannschaften Oder wenn ihr einen Film Oder sowas macht So Ich hab das falsch hingehangen Hangen So Dass ihr einfach hier Zweimal die Farben macht Vom eigenen Tor Oder so Ihr versteht Könnt ihr dann Lustig Gestalten Jawoll Hier an den Seiten Mach ich auch nochmal zwei rein Und genau Ich tu nachher nochmal Leder färben Und kann die dann als Ähm Wie heißen wir mal Ja Hier Ihr wisst schon So Genau Und haben wir das geschafft Dann müssen wir hier erstmal Die Innenwand machen Denn das wollen wir Das sieht gut aus Können natürlich auch so lassen Gefällt mir aber nicht Nicht so Erstmal Clear Und wir brauchen hier eigentlich Die ganze Wolle Hier Ich brauch Äh Das eigentlich nicht mehr So Also die Dingfarben Aber eigentlich schon Wegen Hufflepuff Und so So Genau Boom Boom So Kurz Ordnen Und ihr seht Es gibt hier auch Verschiedene Möglichkeiten Und zwar Ähm Man geht immer Von dem Turm aus Hat man hier auch gleich Sag ich mal Weil das ganze darunter Fliegende Hat die gleiche Farbe Und eigentlich geht zum Beispiel Slytherin einmal hier rum Hat man nicht so ganz gefallen Darum habe ich das einfach Hälfte Hälfte gemacht Darum hat der Slytherin Sack Sieht man auch hier auch Ein Punkt mehr Weil es nicht gerade ist Aber das soll uns nicht stören Und wir fangen Und wir fangen hier Bei unserem Slytherin Turm an Und zwar Wir zählen Ab dem Turm aus Und zwar Hier Wenn wir von vorne drauf schauen So eine Ähm Way Dass ich keinen Schwachsinn Erzähle Weil ich habe schon So Lang vorgebaut Vier Ich wollte gerade fünf sagen So Jetzt zum ersten Mal Slytherin Vorbereiten Und gehen hier oben hin Oben seht ihr Habe ich immer eins freigelassen Also fangen wir ab Hier an Doch welche Farbe Nutzen wir jetzt Wir sehen hier Wir haben hier Bei unserem Turm Jetzt Grün genutzt Und nehmen jetzt Weiß Um sage ich mal Das hier alles Ja So einzufärben Also 1, 2, 3, 4 Dann ja Die nächsten 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So Jetzt ist blöd Weil ich hier Sage ich mal Auch weiß habe Das können wir nichts dafür Darum machen wir erstmal Hier So Auf einer Seite weiß Und auf seiner Seite grün So wie das enden soll Und anfangen muss Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5 5 hin So Genau Noch in der Mitte 2 hin Und müssen wir ein bisschen mogeln Und zwar Fünferkästchen machen So Genau Also hier sind jetzt 5 Hier sind jetzt 5 Hier sind 5 Und hier sind auch 5 So Ist zwar nicht ganz korrekt Aber besser als irgendwas Ja So ein Mist zu machen Genau Und ihr seht Was wir jetzt machen Wir müssen das alles Sag ich mal Dran platzieren So Genau An unserer Innenbande Genau so tief Wie unseren vorgegebenen Kästchen An unserem Turm So Und das mach ich kurz So Ich hab Mein Einsatz verpasst Und zwar Wir müssen es dann Sag ich mal Weiter runterziehen Also hier dann Wieder gestreift Bis ganz nach unten Und wenn euch Sag ich mal So was im Weg ist Einfach wegschlagen Und es dann hin machen Wie gesagt Hier kommt jetzt Hier war grün Jetzt kommt hier Und jetzt Karrenmusstel zu haben Weiß So So das war jetzt zu viel Genau So aber das war es noch nicht Genau Denn wir machen es auch noch bis zum Hufflepuff Turm Und ihr seht jetzt hier Okay Hier beginnt es zwar mit grün Aber jetzt weiß zu machen Sieht kacke aus Dann gehen wir hier gleich mit grün weiter Und jetzt wie gesagt Fortziehen Weil das können wir auch Zeichen zum Puffer machen Jetzt tun wir erstmal Drei machen Dann wäre das hier ein Block Dann eins zwei drei vier Eins zwei drei vier Eins zwei drei vier Passt hier perfekt rein So Am Ende sehen wir jetzt hier Für ein weißes Ding Das ist nicht so gut Darum tun wir Das noch einmal um weiß Verschieben Und machen jetzt hier Am Anfang ein Fünfer Was aber vertretbar ist Weil das ja eigentlich noch zum Turm gehört Da können wir hier genau das gleiche machen Und wie gesagt Das Dieses Muster hier Machen wir Macht ihr hier auch Hier habe ich halt auch Ein Slytherin Turm Darum passt es Genau Hier haben wir Man erst dieses Also ihr habt hier Bei mir ist es jetzt Ein Ravenclaw Turm Muss ich jetzt hier Und hier machen Und den Rest Machen wir dann in der nächsten Folge Denn ich sehe Wir haben die 20 Minuten Marke erreicht Und Genau Würde ich sagen Das kommt in der nächsten Tutorial Wie gesagt Die Außenbande muss auch noch Verändert werden Und dann seht ihr Was ich meine Die Mitte Die ist ein bisschen komplizierter Vor allem hier Weil das auch nicht ganz aufgeht Und hier ist es auch nicht so Also Kriegen wir alles hin Und da würde ich sagen Schöne Ferien Manche schon Manche aber auch nicht Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bei How to Build Hogwarts Geht gleich Abo Und ein Kommentar Wäre auch cool Und dann Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal